das sieht aus putzig aus was er da was er weg weg an aus an aus wie so lichtschalter verdammt ich habe auch schön mitgenommen ich war schon mal umgekippt ich habe es gesehen ob der auftrag jetzt auch weg ist wenn ich mich wieder zurück portiere deswegen ist es eigentlich auch gerade ein bisschen gefährlich zu fahren genau sehen wir dich in der mitte wenn du die kreisverkehr hier noch mitkriegst ist alles okay bremsen bremsen ich fahre mal geradeaus weiter ja ich habe gesagt bremsen woher wo kommt der denn jetzt her ich habe gerade zu dir gesagt habe bremsen ich seit weiß ich nicht seit gestern ist man auch man in ganz vielen ecken ist doch sowas von am lecken da kann ich nichts machen also es wäre schön wenn du dich irgendwie ein bisschen anders erstellt oder woanders dadurch hinstellt ich will jetzt gucken was machen wir jetzt willst du jetzt im vorfahren christian ja ich liege an der seite hier geht es einfach mal durchgebrettert ich bin langsam losgefahren lalala 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 oh lkw müde ach das ist doch zum kotzen heute boh boh